Ja Leute, jetzt haben wir hier eine ganze Weile, über eine Stunde an der Aufnahmetechnik rumgebastelt. Gut, dass wir Leute haben, die davon Ahnung haben. Sogar ein Greenscreen jetzt. Das heißt, wir sind also für Samstag eigentlich auch startbereit. Wir haben das so gemacht, dass auch genug Platz ist, dass Leute auch hier sitzen können, gut zugucken können. Das sollte gut funktionieren. Ich habe natürlich wieder nicht in die Kamera geguckt. Tut mir leid, ich versuche mein Bestes. Ja, erstmal herzlichen Dank an die lieben Kollegen. Man merkt, die sind deutlich jünger und kommen mit dem Zeug hier gut zurecht. Erzähl mir was von Chroma, Kies und anderen lustigen Sachen, was man alles so lernt. Ja, Samstag machen wir dann eben beides. Hier live vor Ort für die Leute, die hier sind. Erst eine Runde Hovercraft-Rennen, dann hier eine Runde Comedy. Ich rege mich ordentlich drüber auf, über inkompetente Manager, wo ich mich frage, warum müssen wir die immer retten als Öffentlichkeit. Aber ich sage es mal gleich, wir enden natürlich positiv mit einer positiven Botschaft und danach Hovercraft-Rennen, Verabschiedung und Siegerehrung. Ich denke mal, der offene Campus wird eine gute Sache werden und freue mich, zahlreiche Leute hier und natürlich alle in meinem Pitch-Kanal. Ich bin mal gespannt, wie gesagt, das erste Mal, dass ich sowas mache. Ich freue mich darauf. Alles klar Leute, bis Samstag.